Diese vier Tage werden Sie wegfegen, umhauen, aufwählen und erleuchten. Start am Karfreitag. Die großen Rätsel des Christentums. Wird der Tod Jesu je ganz geklärt werden? Begleiten Sie mich in die Vergangenheit, um genau das herauszufinden. Karsamstag. Verrückt nach Tornados. Der Zorn des Himmels. Gebt Gas. Wir kommen nicht mehr weg. Echt ein Monster. Ostersonntag. Dinosaurier. Beeindruckende Kraftmaschinen. Und zärtliche Familientiere. Ostermontag. Entdecke. Von den Wundern des Lebens. Ganz nach vielen Menschenart. Und den Wundern der Erde. Unbeschreitlich. Wahnsinn. Das wird ein Fest. Ostern auf Discovery Channel. Karfreitag bis Ostermontag. Auch in HD. Wie kann ein Flugzeug in Zeiten perfekter technologischer Überwachung einfach verschwinden? Die Luftfahrtechnik von heute und ein Blick in die Zukunft. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Flug MH370. Verschwunden über dem Ozean. Morgen 21.45 Uhr auf Discovery Channel. Auch in HD. Schon als Kinder träumen wir von der Zukunft. Wie wird sie sich gestalten? Wer braucht am Ende Gott, wenn wir bereits in seine Fußstapfen treten? Discovery Channel präsentiert Ecopolis. Die Stadt der Zukunft. Und die deutsche Erstausstrahlung. Futurescape. Erfindungen für die Zukunft. Noch ist das nicht machbar. Aber physikalisch ist es durchaus möglich. Cool. Die Welt von morgen. Morgen ab 21 Uhr. Auf Discovery Channel. Auch in HD. Meine Reise durch die Vergangenheit führt mich dieses Mal tief in den Regenwald des Amazonas.